Dr. Monika Czank, Berufung, Landgericht Mannheim. Wegen Beihilfe zum freien Atmen weiter Recht, Gerechtigkeit und Wahrheit gesucht. In der dunklen Anfangszeit der Maßnahmen war sie für Hilfesuchenden da, gemäß Berufsordnung, Genfer Konventionen und Menschenrechten. Statt Aufarbeitung des Unrechts der vergangenen vier Jahren arbeitet sich der Staat weiter ab an aufrechten Mutärzten wie ihr und versucht sie durch Berufsverbot, Gefängnis ohne Bewährung und Geldstrafen aus dem Berufsleben zu drängen. Bitte unterstützt die Wende zur Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit in ihrem Fall wie auch in unsäglichen anderen Fällen. Je 9 Uhr morgens am 24.01.31.08.20.20. Gerichtstermine und Adresse von Landgericht Mannheim findest du in der Videobeschreibung. Ich, Menschenrechtler Roman Mironov, kann bei der Gerichtsverhandlung nicht mehr dabei sein. Nach knapp fünf Jahren irrenamtlicher Arbeit, unendlichen Reisen durch Deutschland, aber auch europaweit, gibt es mittlerweile keine finanziellen Mittel mehr, um diese so wichtige Arbeit fortzusetzen. Alleine der Fall von Arzt Heinrich Habig, der 16 Monate zu Unrecht in U-Haft saß, hat sehr viel finanziellen Mitteln gebunden. Ich war bei mindestens zehn Gerichtsverhandlungen dabei. Es muss ein Umdenken stattfinden, und zwar in der Gesellschaft. Es müssen neue Werte definiert werden und verfolgt. Nur gemeinsam sind wir stark. Teile dieses Video, abonniere YouTube-Kanal und nicht vergessen, Helden unsere Tage zu unterstützen.